ja komm dann nicken wir mal ein wenn er tatsächlich so langsam ist das war's okay komm her dann steigen wir wieder auf setzen und schlafen weiter das klingt aber schnell vielleicht laufe ich zurück das würde uns zumindest 100 goldstücke ersparen vielleicht kriegen wir auch noch irgendwie was vom empfänger ja prinzipiell war schon das Worauf? Warte mal, guck mal, kurz auf die Karte gucken. Äh, den Kommandanten... ...aber man stand ja nicht irgendwie immer ohne oder so. Oder ist der doch oben irgendwo gewesen? Fragen, überfragen... ...so dezent. Äh, oah... ...herbes... Äh, wo will er hin? Wo wollen die hin? Die werden doch bestimmt gleich wieder ihre Langfinger einsetzen, habe ich so das Gefühl. Äh, müssen... ...ja, ja, 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 ja. Hallo? Okay, ja, können wir uns jetzt nicht... Äh, Aufträge... ...zugestellt per Ochsenkarren... ...Ähm... ...Melf sorgt dafür, dass Margit brieft seinen Empfänger... ...Lennart... ...den Brief. So, warte mal, hat Lennart hier irgendwo... ...aus Ulrike Drachen... ...aus von Lennart... ...ja, da müssen wir hin. Okay. Also folgen wir der Straße... ...hier lang... ...und dann muss hier runter... ...wer bist du eigentlich? ...du siehst wichtig aus... ...ja, was kann ich für dich tun? Ja, Mensch, da sind wir auch schon richtig. So, einen Brief liefern... ...ja... ...das war... ...ah, eine Lennart von Lady Margit, du sagst. Das ist ein fairer Weg, dass du dann gekommen bist. Danke. Sie ist eine leidige Art, ich muss sagen. Wir haben uns, als ich mit ihrem Mann, Herr Gregor, mit meiner Beziehung gearbeitet... ...und jetzt hat sie sich nach meiner Gesundheit nach der Zeit... ...at der Zeit der Saison... ...sollen wir unsere Resultate reporten? Äh, ja, sollten wir. Ähm, aber... ...wann mal müssen wir da... ...Aufträge? Gut, es ist... ...das hier ist zum Glück nicht zeitkritisch. Glücklicherweise. Das mit den Grimoires... ...ja, das ist halt so eine länger währende Geschichte... ...das findet sich halt so... ...nach und nach, denke ich. Und ich würde fast sagen, wir... ...gehen wieder... ...Rapiedes zurück. Sparen uns die 100 Goldstücke. Sparen uns die 100 Goldstücke... ...und... ...ja, es dauert zwar wahrscheinlich wieder ein bisschen länger, bis wir da jetzt ankommen... ...aber... ...ja. Ich überlege gerade, wir hatten irgendwo... ...ähm... ...Ahnenkammer, genau hier... ...glaub ich zumindest, das ist... ...das gewesen ist die Höhle, die wir gesehen haben, die allerdings ein bisschen höher lag... ...ähm, wo ich nicht hingekommen bin, weil halt aus Gründen und so... ...ähm, da wusste ich nämlich noch nicht, dass man... ...ähm, da wusste ich nämlich noch nicht, dass man... ...ja, genau... ...genau deswegen habe ich halt, äh, diese Gruppe so zusammengestellt... ...bestehend aus zwei... ...Millies und, ähm, zwei Ranges. Und das war halt der Sinn und Zweck dessen. Ja. Das ist schön, dass er mir das sagt, aber das, äh... ...wir müssen... ...ähm, tatsächlich... ...die Runde. Irgendwie, irgendwo. Ich weiß bloß nicht mehr ganz, wo. Ich glaube, hier drüben war das. Genau. Ähm, ist bloß die Frage... ...und hier... ...geht das wahrscheinlich nicht. Ja. 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 Ja, äh, ich... ...wenn Lucy wenigstens mal herkommen würde, wisst du. Ähm... ...ich weiß auch, wo es zu Donovan ist, aber ich würde gerne da hoch... ...wäre die Frage... ...kann einer... ...da, so... ...wir müssen halt irgendwie rüberkommen. Ich glaube, ich muss bei Gelegenheit echt mal, äh, bei YouTube oder so gucken... ...ähm, wie wir hier hochkommen. Also, ich habe noch überhaupt keine Ahnung. Ähm... ...ich habe jetzt eigentlich die Hoffnung gehabt, dass... ...wir hier irgendwie einen Punkt finden... ...wo uns einer, äh... ...quasi Huckepack nimmt... ...und darüber schmeißt, aber... ...scheinbar... ...ja... ...scheinbar... ...ja, nun gut. Sei es drum. Gehen wir halt, äh... ...weiter unseres Weges. Das bringt ja nix. ...weinchen? 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 ...einer den grünlattisch mitnimmt? Ich glaube, es war grünlattisch, oder? ...ne, er wohnt. ...dachte schon. Wie ich erinnere mich, die Location einer unserer Arbeit ist nicht weit von hier. Wir müssen entscheiden, welches der größte Druck ist. Wir können nicht alles einmal tun. ...weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben bisher nur ein Grimoire, also... ...von daher weiß ich nicht, ob das so... ...ähm... ...ja... ...vielversprechend ist. Ja. Vielleicht wird das ein wenig Konsequenz sein, aber... ...differenten Meistern, die unterschiedlichen Hörnern. Einer, von dem ich geholfen habe, hat die B-Strenn für die Mitglieder gehabt. Ja, jeden das Seine. Uh, das war relativ schnell gegessen. Das Thema. Da haben wir noch Echsenmenschen. Okay, von hinten gehen die mehr Schaden, so wie es aussieht. Au. Nein, komm her. Ich glaube, wir haben ihnen keinen Schwanz abgeschnitten. Und da haben wir noch einen Schwanz. Da sind ja viele Monster unterwegs. Aber ich glaube, bei der... Datum war ich halt schon. Guck mal her. Gut zu wissen. Aber warum hast du das so... ...gesagt, als ob ich durchtränkt wäre? Haben wir das hier schon? Ah, scheinbar wurde die wieder hergestellt. Ja, mach das. Uns wird sicher irgendwie... ...hilfreich sein. Gehe sehr stark davon aus. Das Airboats da oben nehme ich mal auch mit. Ja, sonst haben wir hier eigentlich schon so ziemlich alles durchkämpft, meine ich. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr... ...auf dem Weg nach unten. Wäre schön... ...wäre schön... ...w man wüsste... ...welche man schon durchsucht hat. Welche Höhle und welche nicht. Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. So ein kleines Häkchen dran. Wenn man quasi die abgeschlossen hat oder so. Aber... ...wären ja prinzipiell wieder befüllt. Also zumindest mit Mobs. Das tun wir hier. Aber die Zitz-Extrakt. Das hatte ich noch nicht mitgenommen. Wieder hochgehen. Okay, da kommen wir aber gegenüber von der... ...Höhle raus. Was bist du hier? Aua! Ich fühle mich gerade so ein bisschen... ...wüsste es hier. Okay. So, okay. Warte mal, hat mir noch irgendwo einen? Die hat er... Nee. Okay. Oh, wollten wir mich immer gern. ...bästchenhaut. Nein. Quatsch mich nicht an. Danke. Da gibt's einiges an. So, ja nun. Den Weg weiter folgend. Ich glaube, wir haben so ziemlich alle Höhlen. Auch... ...wenn mich nicht recht täuscht. Aber hier wollte ich... Hier war irgendwo der Drache, glaube ich. Aber dafür würde ich sagen... ...brauchen wir echt ein höheres Level. Ähm... ...hier rüber... ...mache ich auch noch nicht. Wäre auch eine Option, dass wir das noch machen. ...dass wir quasi erst hier rüber gehen. Bevor wir hier irgendwie weitermachen. Das war Melf. Aus dem Posten. Weiß ich gar nicht, ob wir da... ...so sukzessive irgendwie noch... ...Quests haben oder nicht. Sehr gute Quarge. Okay. Nun gut, dann gehen wir halt mal weiter. Ah, wie viel... ...Wild hier halt hier ist. Aber ich möcht's... ...ich belasse es erstmal bei dem Bild. Ich will es jetzt nicht irgendwie... ...das Grün, glaube ich, sei es... ...das gefühlt genauso aus wie das Airwoods. Keine Ahnung. Zumindest so, wie man gerade geguckt hat. Oh, das Boxen kam. ...Helfen wir mal eben. Hi, wife. Gut, lauf ich jetzt richtig? Ich glaube, ich lauf richtig. Da oben waren wir halt auch schon. Wo ich halt auch nicht so ganz wusste. Ja, ja, weiß ich. Mit Los, was Seilen, Vorschläge annehmen. Verwenden Sie Befehl Los, um bitte danach... ...einem Vorschlag einfach sein, um diesen aufzufeuern. Tja. Aber da waren wir halt auch schon. Es wird langsam wieder dunkel. Was sagt denn die Uhrzeit? Äh, ja, wir haben nur Zeit. Just Yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Was haben wir denn hier? Weintraum? Lecker Weintraum. Was für Weintraum bevorzugt ihr so? Also ich mag, ähm... ...die Helden so wie den Finn. Allerdings sind wir da halt tatsächlich welche ohne Kerne lieber. Sehr schön. Okay, lass mich mal vorbei. Danke, danke, danke. Noch mehr. Äh, was? Nein! Aua! Das hat ordentlich wehgetan. Nein, das ist nie... ...einmal weg, bitte. Der kann ja nicht schön springen, muss man sagen. Oh. Das ist schön, dass diesmal Lucy halt, ähm, da hochkraxelt. So muss ich es deswegen nicht selber machen. Ah, der geht gut runter, muss man schon mal sagen. Au. Da wollte ich gerade eigentlich noch blocken, dass das nicht immer so ganz funktioniert. Uh, wow, uh, uh. Uwe, Hilfe! Na, jetzt, ähm... Ich glaube, das ist der Heiligrei weg. Can you... Danke. Danke. Sehr, 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 sehr nice. Bistig. Monsterfell? Noch mehr Monsterfell? Was haben wir hier noch? Uh, noch einen Minunterhaus von. Sehr schön. Was? Äh... Zeit für die Haier. Was? Hallo, ich will hier bloß dran vorbei. Ich will euch nix tun. Ah, guck mal einer an. Dann waren wir da tatsächlich noch nicht. Aber, ähm, ich würde sagen, dann gehen wir mal zurück zum Lagerfeuer. Äh, warte mal. Jetzt will ich mal kurz gucken. Ne. Äh, äh, wo war denn das mit... Mit der Leuchte. Laterne an, da. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Schon sehr krass dunkel, ne? Aber das war ja auch hinlänglich, ähm, beschrieben. Ähm, dass es halt, äh... Abends, nachts, wie auch immer, sehr, sehr dunkel wird. Okay. Oh, guck mal, da sind noch mehr. So stark. Hallo. So, was hast du hier? Gezackter Knochen. Ja. Möchte ich gerne aufheben. Dankeschön. So, dann lass uns mal hier am Lagerfeuer einfinden. Äh, so, ja. So. Dann einmal kochen. Ähm, oh, wir haben faulige Bestienrippchen. Die müssen wir ausnehmen, definitiv. Mh, lecker. Stimmt. Ähm, bis zum Morgen schlafen. Zupi. Zupi. Alles klar. Schönen guten Morgen. Allerdings müssen wir jetzt bei den Gegenständen erst mal, äh, hier die zwei wegwerfen. Schade drum. Aber what will you do? Wann mal. Äh, im gleichen Zuge könnte ich auch bei ihm gleich mal gucken, weil er hier hat scheinbar auch... So, ein fauliges wollen wir jetzt natürlich nicht. Und den fauligen Uferfisch genauso wenig. So, ähm, das war gar nicht mal so weit weg mit der Leiter. Ich weiß gar nicht, warum ich die Leiter nicht genommen habe, sag mal. Oh, guck mal hier. So, los. Wäre jetzt halt die Frage... Ah, guck mal, er kommt hier irgendwie hoch. Jetzt steht er mir aber am Weg da oben. Nein, ich möchte bitte diese Leiter hoch... Beziehungsweise... Mäh... Die Frage... Na, fast. Hm. Gute, gute Frage. Nicht, dass sie jetzt, äh, das, äh, nicht wegen... Ich würde nicht prefer, dass sie nicht so schnell zu haben, aber zumindest weiß ich, dass ich jetzt auf der Challenge bin. Die Tatsache muss nicht, dass sie unsere Karten nach unten gehen. Ah, diese... Ah, geht doch. So, eins, zwei oder drei. Und wir haben die nur Uferfisch gefüllt. Tja, halt nur die Frage, wie wir da hochkommen.